Mein Prozess war sehr lang und durch Covid und alles ziemlich kompliziert. Erzähl mal, warum es kompliziert war. Ich konnte durch Corona einfach nicht rüber in die Staaten. Und als internationaler Athlet ist es einfach so, es bringt wie eben wegen des Alters. Die können dich auf Twitter sehen und so Recruiting, also so Brandon könnte jetzt sagen, du bist 6'6 groß, du bist 6'7 groß, aber so letztendlich für die bist du einfach nur ein Typ. Oder irgendein Video-Hochleiter, deswegen ist es wichtig dann, also die meisten gehen halt rüber und machen, Summer-Camps sind das, wo du halt durch Drills gehst, testen die deine Athletik, messen dich ab, also es wird im Prinzip alles. Wie beim Combine, wie der NFL-Combine. Wie ein Combine, also die verkaufen das an sich als so Developmental-Camps, also dass sie dich, dass du halt als Highschool-Athlet College-Coaching kriegst, so über den Sommer, machen die das oft. Aber für internationale Athleten, also die meisten fahren dann 10 Tage, 2 Wochen so durch Amerika und gehen dann zu verschiedenen Camps, um sich im Prinzip zu bewerben. Das ist im Prinzip wie ein Bewerbungsgespräch dann letztendlich, um dann ein Stipendium zu kriegen. Und da ich das halt 2020 nicht machen konnte, weil du als Deutscher nicht reisen konntest, also du konntest nicht in die Staaten reisen, konnte ich das dann halt eben nicht machen. Und dadurch hat sich der ganze Recruiting-Process bei mir so gezogen. Und ich bin dann letztendlich 2,21 im Sommer, bin ich dann rüber, auch nicht ganz ohne Komplikationen. Also ich musste zwei Wochen in Kroatien verbringen, damit ich in die Staaten überhaupt einfliegen darf. Und habe mich dann letztendlich da verletzt. Tatsächlich habe ich mir den Hamstring gezerrt, zwei, drei Tage, bevor ich in die Staaten rüber geflogen bin und konnte dann halt eben bei den Camps nicht wirklich performen. Also ich war dann da und du merkst dann halt auch, Coaches haben Interesse, die sehen dich da. Du stehst aus der Masse mit, also ich war damals, war es zwei Meter groß, vielleicht so 120 Kilo schwer so. Und das halt, also stehst du mit der Size raus, aber wenn du halt nicht performen kannst bei den Camps, bringt dir das halt auch nicht viel. Ich möchte echt mal so ein bisschen mehr diese Camps wissen, wie läuft das denn da ab, so wenn du da vor Ort bist, wie sind die Coaches da, von welchen Schuhen sind Coaches da, wie erkennt man das, wie viele Leute sind da und so, wie funktionieren die Drills. Also es ist ganz unterschiedlich, es gibt kleinere Camps, wo dann halt nur die Schule selbst ist, aber als internationaler Athlet gehst du meistens zu so Mega-Camps, wo dann manchmal bis zu 150 Coaches von verschiedenen Schulen sind und dann halt auch wirklich nach Talent suchen. Und du gehst da dann halt erstmal durch so ein Warm-Up-Circuit, das ist im Prinzip fast schon wie so Conditioning. Also wir machen sowas ähnliches auch im Sommer, das nennt sich so Mad Drills, wo du halt von Station zu Station gehst und im Prinzip… Also wie so ein Zirkeltraining quasi, ne? Ja, Zirkeltraining im Prinzip, ja. Und dann geht's halt über das Combine-Testing, also du gehst, dann machst du 40-Yard-Dash, Broad-Jump, High-Jump, 5-10-5, L-Drill, so. Also das Ganze und danach geht's halt ins Position-Specific-Training, also Indy ist das dann, wo du halt mit dem Coach dann, also der führt dich dann durch Drills, ist natürlich nicht so persönlich dann, wie du das jetzt hier. Also die zeigen dir den Drill und dann machst du den einfach. Hast du auch ne Nummer und so, ne? Genau, die gucken, also meistens haben die schon, also die haben Listen, ich kenn das ja jetzt auch von uns, also die haben Listen, die laden High-School-Spieler ein und sagen denen so, wir wollen dich sehen, komm mal zum Camp. Und dann gucken die im Prinzip auch nur auf die Spieler, die sie von vornherein schon kannten, es sei denn, du stehst halt raus mit deiner Performance, was dann halt die meisten sich so erhoffen. Und dann zuletzt hast du dann halt One-on-Ones, also O-Line, D-Line oder Receiver, DB, so auf die Art und Weise und da geht's halt um Competition und die wollen halt auch gucken, wie competitive du bist, das ist halt auch sehr wichtig, letztendlich am College. Und dann warst du so ein bisschen gesidelined oder wie krass hast du dann durchziehen können? Also ich hab versucht zu gehen, aber es ging einfach nicht. Michigan State war mein erstes Camp, bei dem ich das gemacht hab und hatte mit dem Coach von dem Camp geredet und so. Also der hatte Interesse auf jeden Fall, einfach eben vom Eye-Test her. Und dann bin ich halt durch Drills gegangen, hab das Warm-Up gemacht und beim 5-10-5, man kennt das so, ich mach 5-10-5, tritt um und dann hältst du mit der Hand an deinen Oberschenkel und bist so, okay. Am 6 wieder durch, so ging es dann gar nicht fit. Und dann hab ich mich die nächsten paar Tage geschont und hab dann letztendlich auf der Tour nur zwei Private Workouts machen können, eins bei Ohio State und das andere bei West Virginia. Hat dann fürs Aufwand nicht gereicht. Und dann bin ich halt zurück nach Deutschland gekommen und hab dann 2021 meine letzte U19-Saison gespielt. Die war ja wohl sehr, sehr bombastisch, wenn man das mal so nach Stats bedacht, ja lief gut. Wo ist das jetzt?